Ihre Verwandten sind Unternehmer. Sie sind ein monatlicher Buchhalter. Wie soll ich frischen Thunfisch zubereiten? War unser Onkel Inspektor? War unser Onkel Inspektor? Ich habe mich so sehr in die Kämpfe dieser Charaktere vertieft. Ich kann nicht arbeiten, während du redest. Ich kann nicht arbeiten, während du redest. Wir haben sie im Park gesehen. Wir haben sie im Park gesehen. Sein Nachbar ist Inspektor. Sein Nachbar ist Inspektor. Normalerweise sollte ich kein Assistent sein. Normalerweise sollte ich kein Assistent sein. Sein Neffe war der Manager. Sein Neffe war der Manager. Er steckte seine Nase aus dem Gelenk. Er steckte seine Nase aus dem Gelenk. Tom und Sarah heiraten. Tom und Sarah heiraten. Verlassen sie die Schule? Verlassen sie die Schule? Ich brauche einen Tag Urlaub. Ich brauche einen Tag Urlaub. Das langweilt mich. Das langweilt mich. Es ist sehr hell hier drin. Es ist sehr hell hier drin. Die Schulfarben sind blau und weiß. Die Schulfarben sind blau und weiß. Ist meine Großmutter Börsenmaklerin? Ist meine Großmutter Börsenmaklerin? Sie haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung. Es ist notwendig, Sonnenschutzmittel zu verwenden. Er erzählte seinen Freunden einen Witz. Er erzählte seinen Freunden einen Witz. Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Ja, mehrmals. Ja, mehrmals. Seine Tante führt eine Spendenaktion durch. Seine Tante führt eine Spendenaktion durch. Können wir das für sie tun? Können wir das für sie tun? Es sollte nicht monatlich erhoben werden. Es sollte nicht monatlich erhoben werden. Tommy, der Ort gehört dir. Tommy, der Ort gehört dir. Das Auto meiner Schwester ist rot. Das Auto meiner Schwester ist rot. Er ging spät, um zum Flughafen zu fahren. Er ging spät, um zum Flughafen zu fahren. Sieht es in der Dämmerung gut aus? Sieht es in der Dämmerung gut aus? Hier ist dein Wechselgeld. Hier ist dein Wechselgeld. Wird er nicht erschaffen? Wird er nicht erschaffen? Ich hatte einen Unfall. Ich hatte einen Unfall. Ich würde eine Rückerstattung bevorzugen. Ich würde eine Rückerstattung bevorzugen. Er entschuldigte sich bei seinem Freund. Er entschuldigte sich bei seinem Freund. Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. Ich bin zu Tode gelangweilt. Ich bin zu Tode gelangweilt. Wir haben ein Live-Konzert gesehen. Wir haben ein Live-Konzert gesehen. Würden sie es kaufen? Würden sie es kaufen? Sie würden funktionieren. Sie haben den Film bereits gesehen. Sie haben den Film bereits gesehen. Kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir bitte helfen? Sollten wir uns nicht bewerben? Sollten wir uns nicht bewerben? Wir trafen uns nachts. Wir trafen uns nachts. Habe ich nicht geredet? Habe ich nicht geredet? Er ist sowohl Ingenieur als auch Schriftsteller. Er ist sowohl Ingenieur als auch Schriftsteller. Sonntags spielen sie Fußball. Sonntags spielen sie Fußball. Konnte er sich erinnern? Konnte er sich erinnern? War er nicht organisiert? War er nicht organisiert? Meine Mutter und mein Vater kommen uns jeden Sommer besuchen. Meine Mutter und mein Vater kommen uns jeden Sommer besuchen. Er rief seine Mutter an. Er rief seine Mutter an. Das ist durchaus vernünftig. Wird er es jetzt bauen? Wo ist der Warenkorb? Wo ist der Warenkorb? Du würdest tanzen. Du würdest tanzen. Die Katze jagte die Maus. Die Katze jagte die Maus. Er tanzte im Ballett. Er tanzte im Ballett. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe, aber ich werde es versuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe, aber ich werde es versuchen. Ihre Schwiegermutter war Bergmannin. Ihre Schwiegermutter war Bergmannin. Halten Sie den Ball am Laufen. Halten Sie den Ball am Laufen. Stört es Sie, wenn ich mir Ihren Stift ausleihe? Stört es Sie, wenn ich mir Ihren Stift ausleihe? Letztes Jahr konnte er kein Historiker werden. Letztes Jahr konnte er kein Historiker werden. Wir werden es heute verschicken. Wir werden es heute verschicken. Ich habe vor, ein neues Auto zu kaufen. Ich habe vor, ein neues Auto zu kaufen. Sie sollten immer Ergebnisse erzielen. Sie sollten immer Ergebnisse erzielen. Das ist mir ein Rätsel. Holen Sie sich Rat von jemandem. Holen Sie sich Rat von jemandem. Manchmal sollte ich nicht schwimmen. Manchmal sollte ich nicht schwimmen. Lassen Sie uns diese Diskussion auf den Tisch bringen, ja? Lassen Sie uns diese Diskussion auf den Tisch bringen, ja? Ich muss am Samstag für eine Geschichtsprüfung lernen. Ich muss am Samstag für eine Geschichtsprüfung lernen. Der Dialog ist sehr witzig. Der Dialog ist sehr witzig. Gehen Sie gerne spazieren? Gehen Sie gerne spazieren? Ihr Sohn war Modedesigner. Ihr Sohn war Modedesigner. Muss er nicht jeden Monat Militärdienst leisten? Muss er nicht jeden Monat Militärdienst leisten? Kann ich meine Limonade nachfüllen? Kann ich meine Limonade nachfüllen? Du bist ein toller Kollege. Du bist ein toller Kollege. Verliere dich. Verliere dich. Ja, in der Highschool. Ja, in der Highschool. Sport zu schauen ist interessant. Sport zu schauen ist interessant. Der Arzt ist bereit, sie zu sehen. Der Arzt ist bereit, sie zu sehen. Unser Freund war Pädagoge. Unser Freund war Pädagoge. Ich steige gleich in mein Flugzeug. Ich steige gleich in mein Flugzeug. Kann er nie als Arzt arbeiten? Kann er nie als Arzt arbeiten? Es kann monatlich fehlschlagen. Es kann monatlich fehlschlagen. Ich war vor zwei Tagen nicht eingeloggt. Ich war vor zwei Tagen nicht eingeloggt. Die Musik ist zu laut für meine Ohren. Die Musik ist zu laut für meine Ohren. Heute regnet es stark. Heute regnet es stark. Er kennt ihn seit Jahren. Er kennt ihn seit Jahren. Es langweilt mich zu tränen. Es langweilt mich zu tränen. Ich habe einen blauen Stift. Die bevorstehenden Feiertage sind meine Lieblingszeit im Jahr. Der Motor läuft. Der Motor läuft. Lenk L wielkart. Untertitelung des ZDF, 2020